Absinken in den Ellbogen. Shoulder releases into the elbow. Talie dreht. Turn waist. Dann gehe ich nicht gegen ihn. And don't push. Sondern der Push geht einmal durch seinen ganzen Körper durch. The push goes against my whole body. In die Erde kommt zurück. Into the ground, comes back. Und dann öffnet inne die Energiebahn. Das Qi kann frei fließen. Und jetzt kann man zeigen, wenn das Qi anfängt frei zu fließen, wie man das Qi führt innerlich. Chen, der Geist, führt das Qi mit Yi, mit der Vorstellungskraft. Und das Qi folgt. Und das kann man jetzt zusammen mit einem Partner üben. Von daher ist das erstmal geistiger Prozess, das Qi auch von einem Partner führen zu können. Sehr, sehr spannend. Und das ist der Weg, wie Sifu Ma das gelehrt hat und Ma Yulang, sein Vater, das ebenfalls gelehrt hat. Also sein Vater hat schon gesagt, im Wu-Stil Tai Chi Chuan, jede Position ist sehr stark ungeerdet. Aber wir zeigen das nie. Also wir zeigen nie die Stärke, sondern wir in unserem Stil, wir zeigen die Wandlungen. Also die 64 ist das Ahnen-Dü-Spiel. Wir fangen mal an mit dem Ahnen-Dü-Spiel. Durch die Tai Chi Bewegungen. Und dann baut sich jetzt Yin und Yang in die ganze Gelenke auf. Baut sich also Energie auf, Kraft auf. Und dann irgendwann kommt ein zu viel, zu wenig. Und dann schießt das raus. Und am Anfang, wenn, am Anfang ist noch gar nicht so viel Energie aufgebaut. Ja, so, aber im Laufe der Bewegungen baut sich die Energie immer weiter auf. Und dann schießt es halt irgendwo raus. Wenn man zum Beispiel jetzt im Ahnen-Lü-Spiel Zai zufügt. Zai, das ist also Zai. Das ist Zai. Das ist Zai. Also Zai ist eine ganz kleine Bewegung. Zai. Vor Zai ist immer Lü. Zai. 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 Das ist zai. Untertitelung des ZDF, 2020